Hallo und herzlich willkommen zu Get to the Keyboards mit mehr Zurech und einer Vorstellung eines ziemlich coolen Gewinnspiels mit Preisen im Wert von über 850 Euro. Das ist doch mal was. Das Ganze wird organisiert von eScene.de und die Preise werden gestellt von diversen Sponsoren, die wir auf der linken Seite sehen. Zu den Preisen kommen wir aber später noch einmal. Erstmal, wie funktioniert das Ganze? Das Ganze läuft erstmal noch bis zum 26.12. dieses Jahres. Gegen 20 Uhr ungefähr wird dort ausgelost und mitmachen ist eigentlich ganz einfach. Ihr seht hier auf der rechten Seite ganz viele Banner von diversen Partnern des Gewinnspiels, wie eben auch GTTK hier unten. Wir sind nämlich auch ein Werbepartner des Gewinnspiels, das heißt wir machen eben deswegen auch gerade hier Werbung für die und im Gegenzug wird natürlich auch für uns eben Werbung gemacht. Und ihr könnt ja auf jeden Fall ziemlich absahnen. Das Ganze ist auf jeden Fall, beziehungsweise man kann seine Chance sehr gut erhöhen. Erstmal macht man mit, indem man auf einen Banner hier klickt. Ja, da klickt man drauf, wie zum Beispiel jetzt ich bei mir gemacht habe. Dann kommt man eben auf diese Seite von eScene und im GTTK. Und dort könnt ihr einfach jetzt hier eure E-Mail-Adresse einklicken, auf Enter Now klicken. Wenn ihr das getan habt, könnt ihr sogar noch einen eigenen Rev-Link an eure Freunde verschicken und wenn ihr die werbt, bekommt ihr sogar noch ein Los dazu. Also noch eine weitere Chance wieder auf die ganzen Gewinne. Die ganzen Lose bekommt ihr aber nochmal zusätzlich durch eben Likes, Abonnent und Shares von uns zum Beispiel. Ja, das heißt wenn ihr uns auf Facebook eben liked oder Abonnent von uns seid oder das ganze Shares und alles ja, wie man es eben so kennt, dann erhöht ihr eure Chance natürlich ebenfalls. Ja, einfach hier überall drauf klicken. Ihr wisst es ja, ihr seid wahrscheinlich eh schon unser YouTube-Abonnent. Ansonsten würdet ihr das Video wahrscheinlich gar nicht sehen. Und auf Facebook habt ihr uns bestimmt auch schon geaddet. Ansonsten könnt ihr eben eure Lose oder eure Chance, also ihr bekommt da mehr Lose oder könnt eure Chance erhöhen, indem ihr das auch noch bei den anderen hier macht, ja. Wenn ihr möchtet, ja. Wenn ihr das natürlich nicht möchtet, dann ist das ja auch egal und auch verständlich. Und das war es auf jeden Fall dann auch hier mit eigentlich schon. Die Preise sind natürlich ziemlich, 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 ziemlich cool, ja. Also wir haben hier TT Esports, ja, bei Thermaltake, LC Power, wir haben hier Steam-Spiele, ESL Premium, dieses Smite, also In-Game, Items haben wir hier ebenfalls. Und da haben wir zum Beispiel hier von LC Power ziemlich coole Gaming-Gehäuse von TT Esports haben wir hier, ja, Kopfhörer, In-Ear-Kopfhörer haben wir. Wir haben hier, wir haben das Shock-Headset, Mecha-Keyboard, Theron-Mouse, Battle-Dragon-Backpack, ein Layden-Mouse-Pad, Volus-Gaming-Mouse, wir haben hier noch ein Level-10-M-Headset und ein Kronos-Headset, das alles von Thermaltake gesponsert und eben von E-Scene persönlich kommt dann eben die Steam-Spiele, zwei Paysafe-Cards, Smite-Games und das war es auch schon. Und, ja, das einfach nur kurz für euch, ja, als Info könnt ihr mitmachen, schadet bestimmt nicht, sind ziemlich coole Preise, ihr müsst ja auch nicht wirklich viel machen, außer eure E-Mail-Adresse hier eingeben. Wie gesagt, den Link findet ihr auch hier in der Videobeschreibung und über den kleinen Button hier oben kommt ihr dann auf die Startseite. Ich sag einfach mal, viel Glück, könnt ihr gerne mitmachen und wir sehen uns beim nächsten normalen Video wieder. Bis dann und ciao, ciao.